Wenn normale 16, 17-Jährige Mist bauen, dann geht was kaputt, sie fallen in der Schule durch, beleidigen jemanden oder tauchen betrunken auf dem Abschlussball auf. Dann müssen sie beim Rektor erscheinen oder ihren Autoschlüssel abgeben. Oder sie kriegen Hausarrest. Doch es gibt andere Kids. Wenn die Mist bauen, wird jemand auf einem Parkplatz erschossen. Und diese Kids landen dann hier.